Meine lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, in dem ich euch sehr, sehr gerne eine Trading-Idee von mir vorstellen möchte, die ich heute umsetze, in der ich jetzt auch schon quasi drin bin. Selbstverständlich, das Ganze dient halt nur zu Leerzwecken. Also das ist jetzt kein Signal, keine Aufforderung, das genauso zu machen. Ihr wisst es, ihr seht es, ich liege mindestens genauso falsch wie jeder andere. Dient rein nur quasi dieser Informationsübertragung, wie an solche Trades herangegangen werden sein könnte. Boah, das war Futo 4 gefühlt. Und wir steigen mal ein. Meine heutige Idee, wie wir jetzt auch schon den Chart offen haben, ist eine Long-Position im US-30. Und ja, ich bin immer noch für die Märkte erstmal relativ short gestimmt für die kommende Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir nicht kurzfristig auch versuchen können, ein bisschen mehr quasi auch in die Long-Richtung noch zu gehen, weil der Trend natürlich immer noch sehr, sehr stark ist. Wobei ich, wie gesagt, das größere Potenzial für mittelfristige Short-Positionen sehe. Trotzdem davon ausgehe, dass wir an den Hochs nochmal die Liquidität abgreifen, bevor es runter geht. Weil ich sehe aktuell keinen Grund, warum die Märkte jetzt sehr stark abverkauft werden sollten, unmittelbar. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vor allem in 1,5, 2 Wochen, wenn die Zinssenkungen dann wirklich durchgeführt werden, dass dann dieser große Impuls kommt. Es steht ja sogar im Raum, dass um einen halben Prozent die Zinsen gesenkt werden. Aber wie gesagt, ich will das handeln, was die Technik mir zeigt. Im größeren Chartbild ist es short. Im kurzfristigeren Chartbild zeigt mir das Potenzial, noch Long zu gehen, um die Liquidität abzugreifen. Und wie wir auch hier schon bereits diese Umverteilungszone mit diesem Rechteck schraffiert haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in diesem Bereich nochmal gehen und uns über den Hochs die Liquidität holen. Und vor allem, wenn wir das Ganze ein bisschen genauer machen wollen, hier haben wir ja auch noch eine schöne Ineffizienz, die der Markt sicherlich füllen kann. Und da wollen wir rein. Das heißt also hier ungefähr in dem Bereich vielleicht 20.000 Punkte. Vielleicht schafft es die Nasdaq nochmal so hoch zu pumpen, dass wir da reingehen können. Erstmal natürlich die Trendlinien an sich sind jetzt für mich nicht der Grund, in einen Markt zu gehen. Aber Trendlinien können sehr, sehr schön unterstützende, meinen Bias, den ich quasi habe, unterstützen, dann auch quasi unterstützen, unterstützen. Das heißt also, kann quasi angewandt werden, um einen weiteren Faktor in dieser Betrachtung mit einbringen zu können. Ich nutze Trendlinien, wie so häufig erwähnt, nicht als reine Idee, um zu sagen, eine Trendlinie ist eine Trendlinie, weil man es halt so macht. Sondern ich nutze da eher dieses Verständnis der Datenverarbeitung, des algorithmischen Herangehens, dass ich halt sage, okay, pass auf, hier sind Datenpunkte generiert worden, die dem Markt vorher bereits schon signalisiert haben. Da hat eine Reaktion stattgefunden und deswegen kann es Datensätze für die Zukunft generieren, die entsprechend relativ standhaft sind. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, einmal diesen Abverkauf bekommen und haben hier eine solide Trendlinie, die für mich schon mal zeigt, da hat der Markt reagiert und da haben wir gestoppt. Und ich sehe keinen anderen größeren Grund, warum wir dort gestoppt haben sollten, als letztendlich diese Trendlinie. Das heißt, ich nehme sie mal als Valide an, da haben wir jetzt auch letztendlich die Reaktion, da haben wir gestern sehr, sehr sauber drauf geschlossen. Und wie gesagt, die Aggregation dieser Trendlinie ergibt sich hier durch diese Datenpunkte, die vorher generiert wurden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass hier im Bereich irgendwelche, irgendein Grund vorliegt, dass sich der Markt dort stabilisiert. Jetzt kann man natürlich auch mal Fibonacci anwenden und beispielsweise mal hier drauf ziehen und sehen, okay, ein 38er Fibonacci auf diese vorherige Trendbewegung. Sehr spannend, wir setzen genau auf eine Fibonacci-Rücksetzungszone auf, die jetzt nicht unbedingt die statistisch höchste Relevanz hat. Nichtsdestotrotz, wir nutzen das Ganze ja nicht nur als alleiniges Entscheidungsmerkmal, sondern vor allem als zusätzliches Entscheidungsmerkmal. Und vielmehr, was mich quasi noch in diesen Trade bringt, ist die Chart-Technik hier im US 100, die ist, würde ich sagen, solide, aber die ist jetzt keine 80, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also ich bin jetzt gerade schon long drin, ich bin gerade eingestiegen, vorbörslich so gesehen. Das heißt, nur aufgrund dessen würde ich jetzt nicht einsteigen. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist die Korrelation, nämlich vor allem zum größten Kurstreiber dieses Aktienindizes. Und da sind wir wieder bei Nvidia. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Nvidia großes Potenzial hat, weiter short zu gehen. Und der Ansicht bin ich auch weiterhin. Nichtsdestotrotz scheint es mir sehr, sehr stark der Fall zu sein, dass wir, wir hatten ja hier das große Volumen, wir hatten hier auch diese Zone sehr gut markiert, wo Nvidia dann auch letztendlich gelandet ist, scheint es mir sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir erstmal noch diesen Ross-Hack nach oben bilden, bevor wir dann auf die Trendlinie unten aufsetzen. Weil wir sehen auch, dass vorbörslich gesehen der Markt sich schon wieder etwas erholt und auch der DAX, wie auch der Dow Jones, die erholen sich auch schon und es gibt hier keinen validen Grund, warum wir heute sofort durchbrechen sollten. Das heißt, wir gehen nochmal auf Nvidia zurück, der, wie gesagt, einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Markt geschehen hat und dadurch halt auch charttechnisch schon ein bisschen mitteilen kann, wie sich der Rest bewegt. Jetzt wollen wir das Ganze hier mal ein bisschen reinigen und für mich ist spannend, wenn wir nämlich heute mal auf die kleinere Zeit dann halt gehen und sehen, dass der Markt quasi vorbörslich hier wieder oberhalb dieses Trigger-Levels schließt, dann haben wir eigentlich eine sehr, sehr schöne Box, eine sehr, sehr schöne Umkehr-Formation bekommen. Die zeigt, wir haben versucht, unterhalb das letzte Tief zu brechen, sind jetzt aber starten wieder quasi auf diesem Niveau vom Vortag und könnten dadurch zumindest erstmal kurzfristig diesen Aufwärtsimpuls mitnehmen und vielleicht dann nochmal mit einem Impuls in diesen Orderblock, in diese Umverteilungszone gehen, von dem der Markt aus dann seinen Impuls bekommen hat. Was finde ich persönlich auch eine sehr, sehr schöne Idee ist, weil wir dann hier in Korrelation mit dieser Trendlinie einsteigen, die vielleicht irgendwo hier in diesem Bereich liegen sollte, also nagebe ich jetzt nicht darauf fest. Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, mehr oder weniger, weil das passt sehr schön mit diesen Datenpunkten, die hier generiert wurden und dann haben wir sehr schön den Retest bei den 122 Dollar und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es weiter nach unten geht. Was bedeutet, für die mittelfristige Sicht bleibe ich definitiv short, das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was ich im gestrigen Video gesagt habe, sondern eher meiner Meinung nach noch ein zuträglicher Fakt, aber kurzfristig sehe ich noch, dass ich der Markt oberhalb dieser aktuellen Kurse etwas Liquidität holen möchte und dadurch sehe ich auch kurzfristig Bitcoin Long, dadurch sehe ich auch kurzfristig die Rohstoffe Long, kurzfristig bis dann in zwei Wochen die Luzi abgeht. Das ist meine Meinung, meine Einschätzung, lass mich sehr, also lass mich gerne wissen, was du von dieser Idee hältst, wie du das Ganze siehst und dann hoffentlich gute Trades und ja, ich wünsche euch das Beste und wenn du lernen möchtest, wie wir quasi an diese Märkte hier herangehen, check unbedingt mal die Links unter dem Video ab und wenn du sowieso da unten bist, dann lass gerne auch einen Daumen oben da und einen Kommentar. Liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.